hey und willkommen auf meinem kanal ich hatte jetzt tatsächlich länger als geplant kein pc ich dachte eigentlich ich dachte eigentlich ich wäre schon im winter im dezember hätte ich alles neu allerdings hat das doch länger gedauert als geplant wie ihr seht habe ich da habe ich da schon ein bisschen was drin gespielt er ist ja auch schon vorbei und zwar giant sisters ist das spiel was ich damals das war ich habe mir das mal rausgezogen gehabt im moment 2014 am 18.12.2014 wollte ich das aufnehmen sollte mein erstes let's play auf dem kanal sein in der zwischenzeit habe ich mir sogar einen anderen kanal gemacht das letzte ist nie erschienen 2015 ist ja den ersten drei vier jahre später ist dann erst mein kanal entstanden mit einem anderen let's play ich glaube oh gott ich weiß gar nicht mehr welches also ich doch ich weiß welches aber ich weiß nicht mehr wie es heißt oh gott das war so ein side scroller ähm ja weiß ich jetzt gerade leider nicht mehr jedenfalls das sollte mein erstes play werden und ich dachte mir jetzt wo ich wieder da bin nach einem halben jahr ich war wirklich fünf sechs monate ist weg beziehungsweise noch länger und davor war alles nur jetzt ne neuer computer oh gott ich muss erst mal wann die au ich brauche die feiltasten oh gott ähm ja ist es schon eine ganze weile her ich habe seit damals auch nicht mehr gespielt das spiel und jetzt muss ich mich grad irgendwie gucken ob ich mich über das mikrofon beuge so ich muss mal gucken wie die steuerung war damit kann ich dashen verwandle ich mich so nein hä ok ja jetzt funktioniert ja alles ich habe meinen computer komplett zusammen äh komplett selber zusammengebaut und zusammengestellt und mir den tisch geholt damit ich jetzt nicht mehr auf dem alten garten tisch spielen muss ähm wo komme ich da hin ja jawohl und jetzt wird auch wieder öfter videos kommen ich werde jetzt erstmal langsamer anfangen weil ich bin jetzt auch wieder ein halbes Jahr raus gewesen aber ich will auf alle fälle den alten rhythmus sofort wieder rein bekommen dass ein video alle zwei tage rauskommt am besten ich werde auch mal gucken mit mietzke falls ihr ihn noch kennt mit mietzke werde ich auch noch ein video machen er hatte ein minecraft vorher gestartet glaube ich war das da werde ich mal gucken ob ich noch reinkomme oh jetzt hätte ich wechseln können aber ich weiß gerade gar nicht wie ich das wechseln ist sehr merkwürdig also wechseln ist D und W und das sind die Tasten mit denen ich die ganze Zeit laufen will deswegen ähm nein ja und mit Taylor werde ich auf alle fälle auch wieder was machen darauf freue ich mich schon vor allem jetzt nach der ganzen Weile der ganzen Zeit die jetzt vorbei ist wechseln zu wem nein ok ich muss mit ihr nochmal durch und ihr seht meine Skills haben auch mal gelassen sprach er und tat so als ob er jemals welche hatte ja jetzt hab ich die Wissens ich wollte wechseln na gut wenn ich hoch springe und so mache wenn ich mich hoch und nein ich will diese Münzen die Diamanten haben das kann jetzt eine ganze Weile dauern ne ne ja ich wollte euch alle mal auf dem aktuell entspannen bringen ich bin mir ja da wenn dieses Video rauskommt werde ich hoffentlich schon ein bisschen vorproduziert haben weil ich will halt diesen 2 Tasten was wir haben und das mal ohne Unterbrechungen und wenn und aber und was auch immer ich werde auch mal gucken neue Projekte immer mal wieder rein zu bringen nicht irgendwelche Projekte anzufangen wo ich safe 300 Folgen bräuchte da ist sonst einfach 300 Folgen alle 2 Tage sind 600 Tage das ist ein Projekt ne das geht nicht und dann werde ich mal gucken wie ich das anstellen werde guck mal hier kann man einfach durch springen und in dem letzten halben Jahr ist ja tatsächlich eine ganze Menge passiert nicht nur in der Welt sag ich mal sondern auch auf Youtube Moment den ah ich rede generell von allem was momentan abgeht in Deutschland nicht nur äh ok nicht nur Artikel 13 und 11 sondern generell was sich als aufgebaut hat in der Zeit ist echt äh ok 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 ich kann mich in einer Luft nicht drehen an den Demo mhm an den Demos in Berlin habe ich auch schon teilgenommen ich freue mich auch schon auf den 23. und das wird sehr interessant wie es da abgehen wird falls einer von euch da ist wird man sich leicht sehen aber nicht erkennen jo ansonsten gibt es jetzt nicht viel zu sagen die Let's Plays fangen dann mit dem nächsten Video an eigentlich ich wollte jetzt einfach nur mal ein kleines Video machen sozusagen und ich fand es halt einfach so passend in meinem ersten Let's Play jetzt nach dieser langen Zeit auch wieder anzufangen und so langsam komme ich auch wieder rein es ist echt ein Unterschied gewesen jetzt äh hier oh das ah schau es war echt ein Unterschied hier erstmal wieder rein zu kommen nachdem ich ein halbes Jahr gar nicht gespielt habe und davor diesen ganzen Stress mit dem anderen Computer hatte ach mit dir kann ich durchlaufen ach mit dir kann ich durchlaufen ich muss noch mal gucken weil ich habe das mit den Aufnahmen nicht so ganz hinbekommen deswegen hoffe ich dass es gerade auch alles hinhaut aber es ist nicht so automatisch wenn es nicht klappt ich habe das eh nie erfahren ganz einfach wo geht es denn hier weiter geht es denn hier weiter geht es denn hier nicht da oben nö wie komme ich denn hier nach unten ich kann auch irgendwie durch den Boden springen oder aber nicht so ähm hier einen Eichleiter habe ich kurz eigentlich gesehen ach der unten ist ein Pfeil ich muss mal schon darauf achten ich muss mal schon darauf achten ich will es noch mal oben oh wie ein Diamant 100 nein also das ist nicht da ist das nicht doch ich habe gerade nicht aufgeachtet wie viel war der jetzt wert nein 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 okay ah der ist wirklich ich dachte das können wir sehen wie viel er wäre schon den wechsel ich mal lieber ja nun was ist das Welt geschafft und fast 100 Diamanten übersehen 102 mal gestorben ja das sollte ja einfach nur ein Infobide sein deswegen danke fürs zu sehen ab der nächsten Folge geht es dann weiter wahrscheinlich nicht mit Giant Sisters sondern mit einem neuen Let's Play ich muss halt mal gucken ob ich die alten wieder aufnehme und weitermache auf alle Fälle wird in ein zwei Wochen oder so oder vielleicht ist das schon gewesen ich muss gucken wie ich das hinbekomme werde ich Tom Boyle auf meinem Twitch-Kanal äh Twitch-Kanal zu Ende streamen nach einem halben Jahr weiter streamen ich glaube wir hatten 13, 14, 15 Stunden Streamzeit schon hatte gesagt vor fünf Monaten hatte gesagt vor fünf Monaten dass ich die zurechtschneiden will damit nicht so eine Pause ist leider ist die Graphic also die FPS echt schlecht gewesen das habe ich aber beim Spiel nicht gemerkt ich war einfach damals so gehypt auf dieses Spiel dass ich mit 13 FPS oder so gespielt habe wie schön ist mit meinem Let's Play Computer geht das so leicht auf höchsten Einstellungen mit 60 FPS das wird auf alle Fälle weiter streamen und ich bedanke mich für das Zuschauen und bis zum nächsten Mal habt euch wohl euer Herr New Charm nein nein bis denn